Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, vor allem mit dem Razzy. Und ja, zur neuen Folge ist das glaube ich Adventure Time, Adventure Map, das Dorf. Mit dabei ist der UpsetTV, hallo. Hallo. Und ja, wir sind hier an der Tür und da gehen wir es auch durch. Ja, warte, ich komm eben kurz. Noch nicht durchgehen. Nee. Bin ich jetzt sterben, bitte das jetzt. Bitte? Dass sich dahinter verbirgt. Ich bin mega gespannt. Aber mir leckert wieder ein bisschen. Was? Bei mir leckt es gerade. Ja, bei mir auch. Ähm, ja, ich bin bei dir. Und zwar, auf der letzten Karte stand, ja. Er ist in den Gang reingegangen, der Mr. James und kam nie mehr raus, ne? Genau. Ja, also der ist ja verschwunden, ne? Horrorgang, vielleicht liegt da eine Leiche oder so. So eine Minecraft-Leiche liegt da so. Genau. So eine tote Leiche. Okay, da. Bitte, bitte. Nein, gehen. Nur ein Schwert in die Hand. Ja. Hier ist eine Leiter hoch. Jetzt steht aber, man, du hast es geschafft. Hat sich ein Glück, Mann. Geht. Oh, nee, oh, geht runter. Ich dachte, es ist schon wieder zu. Vier Kisten. Alter, wie viele Kisten hier sind. Oha. Das ist Mannraum, ne? Sind alle leer. Oh, nee, da ist eine Karte. Soll ich dir lesen? Ja, hier. Ja, danke. Erfahrungsflaschen. Ja, ich bin leben. Karte 13. Dies musste der geheime Raum sein, über den es all die Gerüchte gab. Dieser Raum sah sehr heruntergekommen und verlassen aus. Das ist eigentlich nicht möglich. War hier weiter wertvolle Sachen aufzubewahren. Okay, da ist... Hier ist ein Hebel. Vielleicht macht er eine Sicherung auf. Warte, lass erst mal hier das Wasser durchsuchen. Ja. Leg den doch einfach schon mal um den Hebel. Warte, warte, warte. Ja, leg mal um. Ja. Du? Ja, hab ich. Lass den einfach umgelegt. Okay. Geht mal was? Ja. Keine Ahnung. Irgendwie muss ja hier was sein, ne? Jawohl, der Hebel. Vielleicht war das auch das, was wir denn wollten. Warst du hier schon? Ja, lass uns mal zurück in die Innenstadt, oder? Bleib du mal hier und ich geh mal eben zurück. Ja, jetzt wechseln wir uns mal ab, damit auch meine Zuschauer mal Langeweile haben. Genau. Okay. Und hier ist auch keine weiße Wolle oder sowas. Ne, hast du an allen geguckt? Ja. Also in allen Toten, ja. Dann nur spinnen wir eben. Gucken wir mal, ob da jetzt fünf Dinger stehen, okay? Ja. Oh, das wär gut. Oder wenn sich jetzt irgendwie irgendwas anderes noch geöffnet hätte. Guck auch da mal bei diesem anderen Raum, okay? Was? Guck auch mal da, wo der für die Kirche das Ding stand. Ja, ja, ich guck jetzt mal überall, ob sich irgendwas geöffnet hat. In unserem Haus. Fertig cool. Aber ich muss sagen, die Map gefällt mir echt schon. Ja. Ja, jetzt muss ich was anderes geöffnet haben, weil wir können jetzt nicht immer so lange suchen hier. Weißt du, wir haben jetzt alleine schon für dieses Ding da gebaut, wo ihr Cup gemacht habt. Immer noch sechs Sicherungen. Ja, okay, egal. Das ist... Sagst du das sonst mal? Ja, ich bin... Nee, hier konnte man ja eh rein. Ich geh jetzt mal zum... Oh, nein, 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 ich bin so dumm. Der Shop ist wieder auf. Ja, den hab ich auch aufgemacht. Geh jetzt mal zum China-Haus, vielleicht ist das auf. Irgendwas muss geöffnet sein. Ja, klar, auf jeden Fall. Wär schon mega cool. Aber vielleicht ist es bei den... Bei denen? Bei diesem Denken, naja. Ja, ich glaub, es sah auch nicht so aus. Naja, auch zu früh. Dann geh ich jetzt mal zu dem Schloss. Ja. Ja, auch nicht so. Leuchtung kann auch nicht sein. Nee, weil da... Da stand ja an so'n Schild, äh... Öffnung für'n Leuchtturm. Ja. Naja, ich glaub, die Burg ist auch noch zu. Ja? Ah, nee, warte. Geht da was? Ah, nee, ist auch noch zu. Na, guck mal diesen Weg da, weißt du? Vielleicht zum Ausgang? Ja, er meinte ja diesen Weg. Achso, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. So, doch, ich glaub... Ah ja, am Leuchtturm war das. Genau, irgendwie so. Eigentlich wurde die Sertür jetzt geöffnet. Ja, ja, das mein ich ja eben. Die ganze Zeit. Wie viele Kilometer wir schon gelaufen sind, glaub ich. Aber wie viele Blöcke. Ja. Ja. Boah, ey, Essen verbraucht auch richtig heftig. Ja, das stimmt. Also ich guck mal trotzdem beim Leuchtturm, aber... Ich glaube nicht, dass der auf ist. Ja, guck mal. Ja, ist auch noch. Warte mal, ich hab den Weg. Erfolg. Was denn? Warte, es war da, wo dieses eine... Nee, ist auch noch zu. Da, wo stand, äh, du kamst, du kommst von der falschen Seite. Vielleicht war das nur so ein Troll oder so. Aber war nicht. Ähm, wo war das denn mit diesem Ausgang? Wenn die sind immer ein bisschen weitergekommen, ist ja schon mal was. Ego, oder was? Ah, hier vielleicht? Ich glaub, ja, ja, hier ist es, glaub ich. Ja. Nee, nee, die ist auch noch zu, aber ich geh trotzdem mal runter. Steht da auch nicht irgendwie so ein Zeichen... Steht da auch nicht irgendwie so ein Zeichen, irgendwie was? Nee, ist auch noch zu. Wie das hier stand mit dem Bauernhof. Ist auch noch zu. Komm mal da raus. Ich glaub, da ist nichts mehr, oder? Nee, oder es hat sich halt noch was geöffnet bei diesem Jeans. Jump'n'Run da bei dem komischen. Das kann doch sein, oder? Bei welchem? Wo wir die Tür gefunden haben. Bei diesem Jump'n'Run, wo es kein Jump'n'Run ist? Bitte? Bei diesem Jump'n'Run, wo es kein Jump'n'Run ist, oder was? Genau. Nee, nee. Ja, genau. Ich wollte auch kein Essen mehr, scheiße. War ich schon am Schienhaus, ja, ne? Ja, da warst du schon, ja. Okay. Ich kann diesen Denken natürlich auch nicht... Ach, scheiße. Wieder. Sollen wir den Cut machen und gucken und dann uns später wieder melden? Ja, weil die Aufnahme geht's jetzt nur knapp acht Minuten. Ja, wir melden uns gleich auf jeden Fall nochmal bei dieser Aufnahme. Und ja, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Ja, und da sind wir auch schon wieder... Wir wollten mal was ausprobieren. Ja, wir probieren jetzt mal was. Wir haben ja diese Schalter in den verschiedenen Häusern gesehen. Zeig ich dir mal, bei Geralts Haus haben wir das schon mal geguckt. Genau. Weil in den verschiedenen Häusern waren ja immer so Schalter, die nichts gemacht haben. Genau, hier zum Beispiel. Hier war, glaube ich, auch einer. Oh, ich bin auch im Game-Mod. Weil wir sind hier ein bisschen rumgeflogen, haben ja ein bisschen geguckt. Und zwar, die ja nichts machen, ja. Aber diese Schalter, probieren wir mal alle. Ich weiß nicht, waren das mehr als sechs, oder? Waren das nicht mehr als sechs Schalters? Nein, das war nicht mehr als sechs, denn nicht in jedem Haus war einer. Ich meine nicht. Wir legen die mal alle um. Und mach da immer so einen Erdeblock dran, damit wir wissen, dass wir den schon umgelegt haben, okay? Ja, aber ich hab jetzt keinen Erdeblock. Ja, keine Ahnung. Oder sollen wir die Türen dann? Oh, nee. Keine Ahnung. Ich mach da jetzt immer so einen Erdeblock dran. Ja, mach du Erdeblock, ich mach Holzblock. Ja, mach da Holz. Warte mal, wie ist der denn mal an? Warte mal, sag mal kurz, heiße. Wo ist der an? Okay. Keine Ahnung, wie der an ist. Wie ist denn der an? Was heißt das? Warte. Hier ist noch einen. Wo bist du denn? In unserem Haus. Wie ist denn der jetzt an? Ja, warte, ich komm. Hier. Und ich brauch Essen. Hast du irgendwie Essen? So ist der an. Hörst du diese Geräusche? Ja. Naja, hörst du das? Warte, ich mach mal eben kurz Geräusche lauter. Welche Geräusche, Wetter, Feind, Dicker, Hund, Spieler. Ah, mach einfach alle. Ja, hab ich. So, hörst du das? Ja. Und dieses Geräusch, was jetzt kommt. Ja. So ist an. Okay. So ist an. Okay. Ja. Einig, auf jeden Fall. Mach da mal einen Erdeblock hin. Bitte? Ja, mach ich da einen Erdeblock hin. Okay. Wann noch? Mal gucken, vielleicht sehe ich sie ja schon auf. Nein, Quatsch. Kann sein. Da hinten. Wohl war das Geralts Haus. Wow. Ich glaube aber nicht, dass es an den Dingern liegt. Ich glaube, wir haben jetzt schon vier Stück, ne? Ich habe hier auf jeden Fall zwei gemacht. Drei? Machst du? Ja, dann hab ich drei. Muss hier der letzte sein. Mit dem anderen natürlich, alle drei. Hä? Nein, ich meinte jetzt dieses ein unseres Haus. Du hast bei dir mit oder bei mir mit? Warte mal, einmal kurz. Psst. Psst. Okay. Die Kirche müsste... Müsste die auf sein. Müsste. Wenn wir jetzt keinen vergessen haben. Ich glaube aber nicht, dass wir so an den Lichter bei Kanda machen. Wir haben sie auf. Ja? Ja. Nice. 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 Komm her. Warte. Warte, ich muss zum Roten Haus. Da ist ja Kuchen. Pust du mich mal. Lass den Kuchen noch einfach mitnehmen, oder? Dögen wir nicht. Der dürfen wir nicht, aber... Wir können auch nicht... Wir können auch noch einmal setzen. Ja, gut. Okay, ich habe für dich noch zwei übrig gelassen. Junge, lass mit mir auch mal was übrig. Ich würde sagen, dann war es ja für diese Folge, ne? Warte, äh, ja, ja. Ja, okay. Wir laufen noch eben kurz dahin. Um zu gucken, ob du mich nicht angeschwindelt hast. Ich glaube, ich habe da noch Essen. Äh, zu Hause. Warte. Nicht reingehen. Sonst lasse ich da verbiere, also. Sie ist offen, die Kirche. Nice. Ich mache da jetzt den, ähm... Schwere Geburt. Ja. Aber ich habe kein Essen mehr. Hast du noch was? Nee, ich auch nicht mehr. Weiße, wir haben nichts. Doch, ne Pilzsup habe ich noch. Die muss ich aber jetzt selber essen. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und da. Wir haben Wissen. Wir haben dafür bei der Kirche auf. Nice, wenn wir uns wirklich freuen. Ähm, wir gehen da jetzt mal hin. Nee, warte mal. Das können wir noch in dieser Folge machen. Die müssen wir mal im Inventar noch mal ein bisschen aufsortieren. Wenn die Karten und alles wegtun. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, ich hätte nicht gedacht, dass... Ich hätte eher gedacht, dass die Kirche sich vielleicht als Letztes öffnet. Da ist jetzt ein Schild, das steht offen. Ja, das habe ich da gerade hingestellt. Ach, okay. Da haben wir gar keine Tiere. Du hast noch nicht beendet, die Aufnahme, ne? Nein, nein. Ich auch noch nicht. So, mach mal das mal. Zack, zack, zack. Das, das. Die Werkbank behalte ich mal. Nehm ich mal nochmal. Beide Bulben. Spinnenweben tue ich mal weg. Fäden behalte ich auch. Den goldenen Apfel leg ich mal weg. Hast du noch Brot oder so? Nein, ich habe kein Brot mehr. Okay, dann gehe ich jetzt noch einmal zur Kirche, laufe ich hin. Ich habe zwei Weizen. Wir können zum Bauernhof gehen und dann gucken, ob da was gewachsen ist. Ja, aber das machen wir. Oder sollen wir das jetzt noch machen? Ach komm, machen wir jetzt noch. Wie viel Uhr haben wir? Wie viel Uhr? Soll ich da? Ich brauche da ja nur noch hingehen, oder? Du kannst ja da bleiben. Ja, okay. Ja, ähm. Oder sollen wir doch jetzt betten? Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ja, machen wir das in der nächsten Folge. Okay? Ja, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Die Kirche ist offen. Und ich gucke mal. Vorne sind Bücherregale. Können wir wohl was verzaubern. Und, ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ey, da sind Leitern. Also, übrigens. Bist du schon in der Kirche? Äh, nein, nein. Ich war nur am Anfang. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Haut da rein. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.